Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Tutorial von Need for Speed World. Bei dem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man sich in diesem Spiel anmeldet bzw. registriert. Und dann werden noch paar Let's Plays davon von mir rauskommen. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie man sich in dem Spiel registriert. So, ich schreibe die mit Need for Speed, weil ihr habt wahrscheinlich Google. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel das so bei mir ist. Speed World. Ihr werdet den Link in der Beschreibung finden. Das ist euch, das ist schon mal klar. Da machen wir von Need for Speed World. Okay, Need for Speed World. So, also Link-Beschreibung. Link wird dann in der Beschreibung stehen. Also, hier könnt ihr jetzt, wenn ihr dann hier drauf seid, gebt ihr euch jetzt spielen. kostenlos herunterladen. Und dann müsst ihr euch ein Origin Konto erstellen. und das mache ich dann jetzt gleich, das ist einfach und dann sehen wir uns gleich. Okay, ich habe jetzt den Konto erstellt, bin jetzt drin und das Spiel ladet sich dann automatisch ab. ab wenn man drin ist, ladet sich das Spiel dann von selbst herunter. Also, hier jetzt seht ihr und wie ihr seht, hat sich das Spiel jetzt da unten hier von selbst heruntergeladen. Ja, und das war es dann von meinem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt es gut verstanden und wir sehen uns dann in meinem Let's Play von Need for Speed World. Ich probiere es dann bei uns auf. Und dann funktioniert es dann bei uns das Böge.